Bei uns kriegt nicht nur die Kuh das Fett weg, sondern auch ihr, wenn ihr hier esst. Wir werden das Ding rocken. Mögen die Spiele beginnen, Hafenwirtin Katrin hält bereits Ausschau nach Gastropirat Patrick. Schönen guten Morgen, ich bin Patrick, hi. Hi, ich bin Katrin. Grüß dich. Ich bin Patrick, was hast du denn für ein Wetter mitgebracht? Norddeutsches, wunderschönes Wetter, man könnte sagen Sommer. Ja, genau, super. Gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, denken sich auch diese beiden Lokalgrößen. Hi, mein Name ist Desen. Sabri. Und, wo sind wir hier gerade? Weiß ich nicht, irgendwo ein Dorf, glaube ich. Also Kuhstall liegt jetzt umgebungstechnisch ein bisschen im Nirwana. Wir sind jetzt hier in Grasberg. Grasberg ist so ein kleines Dorf, gehört aber glaube ich irgendwie noch zu Bremen. Komm, lass uns einfach mal hingehen und schauen. Alles klar. Grasberg bei Bremen hat fast 8000 Einwohner, von denen ist bisher allerdings kaum jemand zu sehen. Doch da ist einer. Das ist eine interessante Mischung, könnte explosiv werden. Die Entwicklung ist immer interessant, es wird eine spannende Woche, glaube ich. Hallo. Hallo, da seid ihr ja herzlich willkommen im Schützenhof Hörpeldorf in meinem Restsogang. Alter Kuhstall. Hallo. Peach ist mein Name. Patrick, hi. Alles nette Leute, so wie Gastwirte halt sind. Ich glaube, das wird eine ganz lustige Woche. Ja, dann schaut euch mal alles an. Ja, das werden wir machen. So, die schauen sich jetzt meinen alten Kuhstall an, aber die werden nichts finden. Und da gibt es nur glückliche Kühe auf vorgewärmten Tellern. Aha. Aber hoffentlich auch glückliche Gäste in vorgewärmten Räumen? Oh, cool. Das ist ja gemütlich hier. Bisher noch keine Kuh zu sehen, aber dafür viele liebevolle Details. Schick. Ja. So habe ich es mir ungefähr auch vorgestellt. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, das passt schon. Der schaut aus wie ein Kuhstall, aber halt schick. Fieces Futterkrippe kommt optisch schon mal gut an. Er hat auf jeden Fall ein Konzept, das siehst du, wenn du reinkommst. Es ist alles sehr stimmig, eben durch diese ganzen alten Gegenstände, die er hier stehen hat, wie so einen alten Herd. Ich glaube, das nennt man sogar Hexe oder so. Man hat früher gesagt, ich habe mich gleich wohlgeführt. Ich habe gedacht, ich bin zu Hause. Gibt es denn im Knusperhäuschen auch was zu essen? So, habt ihr ein schönes Plätzchen gefunden? Ja. Das ist die Miri, das ist meine Restaurantleitung. Hallo. Und ich gebe euch jetzt mal die Speisekarte hin. Dann können wir euch was Schönes für Essen aussuchen. Ich denke schon. Die Speisekarte, der Liebesbrief für den hungrigen Magen des Gastes oder vielleicht auch schon der erste Ansatz für Kritik durch die Konkurrenz? Fieces jedenfalls ist optimistisch. Ich hoffe natürlich, dass das heute jetzt alles gut läuft. Und freue mich natürlich, dass mein Sohn hier in der Küche ist, weil da kann ich mich drauf verlassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, finden auch Defen und Sabri. Hallo. Ah ja, schau, die Asienabteilung besucht Norddeutschland. Marc, hi. Sabri. Marc, hi. Hallo. Boah, riesen Küche hier. Ich sage mal so, die ganze Küche ist fast wie mein Restaurant. Na ja, Sabri ist ja auch fast so groß wie Marc. Der Singhalese und der Chinese sind neugierig, wie der Chefkoch die Vorspeisen norddeutsch zubereitet. So, was machst du denn Schönes? Ich mache jetzt eine Kokossuppe mit Riesengarnele und Hähnchen. Man merkt schon eher, sag ich mal, folgt der Trend auch, ne? Bisschen, sag ich mal, neue Gerichte. Dann schneide ich mir das schon mal ein bisschen in Würfel. Die schöne Garnele schneidest du jetzt? Ja. Ich bin so fies. Ich hätte die Garnele so ganz mit dem Kopf gelassen, schön angebraten, dass mehr Geschmack von der Schale kommt und auch optisch sieht das viel, wie sagt man, besser, so eine riesen Garnele. Ja, da treffen wir jetzt zwei Welten aufeinander, ne? Es ist eh klar, der Asiate brät alles im Ganzen, ne? Der lässt auch alles drin, ne? Und der lässt auch einen Darm drin, mal übrigens, ne? Das interessiert den Asiaten 0,0, ne? Umso mehr interessiert den Asiaten das Rezept der Kokossuppe. Da röste ich jetzt noch so ein bisschen gemahlenen Koriander. Okay. Dann kommt das Aroma besser zur Geltung, wenn wir den kurz anrösten. Kochst du jede Suppe à la minute, oder? Ne, nur die Kokossuppe. Nur die Kokossuppe? Die läuft nicht so oft und die bereitet mir auch nicht so großartig vor. À la minute ist in der Sekunde, wo es bestellt wird, setze ich das alles auf, setze es an und mache es dann. Das Kochen à la minute setzt viel Erfahrung voraus und wird deshalb in der Regel nur in gehobenen Restaurants praktiziert. Kriegt man das auch als vegetarische Variante? Selbstverständlich, klar, muss man eben ansagen. Ja. Und dann ist es kein Problem. Gerade weil ich das à la minute mache, ne? 6,50 Euro zahlt man im alten Kuhstall für die Kokossuppe mit Hähnchen und Garnele. Erst nochmal den Kopf auf. Kopf ein bisschen mit auskochen. Der ist schwarz, ne? Das bringt den Geschmack an der Suppe. So, dann haben wir hier unseren gerösteten Koriander. Koriander, genau. Profi Mike Wittert, einen Klassiker der thailändischen Küche. Der macht eine Tom Kakaai. Das ist quasi mit Kokosnussmilch, mit Hühnerbrust und er nimmt Hühnerbrust und Garnele. Passt eigentlich gut. Und dürfen wir probieren? Gerne. Deutscher kocht asiatisch und die Asiaten testen. Jetzt bin ich mal gespannt. In der europäischen Küche wird übrigens eher der Koriandersamen verwendet, in Asien das Korianderkraut. Das ist nur eine reine Kokosuppe, das ist okay. Das hat gut geschmeckt. Gut geschmeckt, also bravo, Marc. Ein bisschen Basilikum frittieren. Warum frittest du die schöne frische Basilikum? Einfach als Gag, dass noch ein bisschen was Krosses nachher auf der Suppe und schmeckt gut, ne? Passt meiner Meinung nach gut zur Suppe. Also als Kontrast zu cremiger Suppe, weiche Garnelen, knuspriger Basilikum. Richtig, ja. Ich hätte frisch rübergebracht. Genau, das als frische Basilikum sieht auch als Garnitur sehr schön aus, wenn man es oben drauf legt. Wir sind dann doch Norddeutsche und Deutsche, die was nachkochen. Und dass dann zwei Originale das dementsprechend kommentieren, das ist ein Muss für mich. Ja, wat muttert mutt heißt es ja im Norden. Ding Dong oder Klopf, Klopf kennt man überall. Hallo Marc, Lieferung. Ah, alles klar, schon da. Wir dachten, das wäre vielleicht eine normale Gemüselieferung oder eine ganz normale Fleischlieferung. Als wir dann rausgegangen sind, dachten wir, wow. Wow oder muh? Kommt jetzt die Kuh in den Stall? Ja geil, jawoll. Großes Kino, die kaufen ganze Teile. Marc, Alter. Das ist cool. Eins, zwei, drei. Klatsch, bumm, rauf. Ein echter Schenkelklopf war diese Lieferung. Das war schwer, über 200 Kilogramm war das, glaube ich. Genau, über 200 Kilogramm war das und da braucht man schon drei bis vier Mann, das braucht man schon locker. Das ist wie Gold, hier ein bisschen. Marc, in Sri Lanka, das ist verboten. Heiliger Kuh. Ja, gut, dass wir in Deutschland sind, dann hätten wir kein Rindfleisch zum Essen. Wenn du im Ganzen kaufst, ist es wirtschaftlich interessanter, du kriegst einen viel besseren Preis. Du kannst dein Essen auch besser kalkulieren, wenn ich dann so ein Steak für 19,90 bekomme, wo ich vorher kritisiert habe, das ist ganz schön günstig, dann kann man natürlich über die Bestellung von ganzen Tieren oder halben, kriegt man schon einfach eine andere Kalkulation hin. Das zerlegen wir jetzt, dann schweißen wir die Edelteile ein und Keule und Rippen lassen wir so hängen im Kühlhaus und dann reift das so zwei bis drei Wochen circa und dann verarbeiten wir das. Moment, was heißt denn jetzt wir? Dessen und Sabri haben schon Angst. Nee, 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 das macht dann doch lieber Johann Lange. Er ist Koch im alten Kuhstall und hat das Zerlegen von Tieren in der Ausbildung gelernt. Gerade in Sri Lanka ist verboten, Rindfleisch zu schlachten und sogar in Bombay, Indien. Die Kuh ist heilig und die laufen rum, so mehr Kühe als Menschen. Dessen stammt aus China. Dort gibt es zwar viele Menschen, aber weniger Kühe. Auch für ihn ist dies eine tierische Erfahrung. Für mich ist es auch das erste Mal. Ich habe es noch nie gesehen. Und es ist auch ein Erlebnis. Das sieht man nicht jeden Tag. Stück für Stück arbeitet sich Johann durch die Anatomie des Rinds. Die beliebtesten Stücke sind natürlich Oberschale, Hüfte, ganz klares Rostbief und das Filet. Und das als erstes weg. Aus dem Rest machen wir dann Gulasch, was wir auch immer brauchen. Z.B. Soße und, und, und. Das verwerten wir schon alles komplett. Dass sie halt oft sehr viel mit frischen Sachen kochen, das hat mich, sag ich mal, wirklich überzeugt auch. Genug der Theorie. Nun will Fieche seine Kollegen mit der Vorspeise überzeugen. Katrin z.B. nimmt die Kokoscremesuppe mal genauer unter die Lupe. Patrick wagt sich überraschend romantisch an die Hochzeitsuppe. Sabri verzichtet zunächst auf Fleisch und entscheidet sich für den kleinen Bauernsalat. Einmal die gemischte Vorspeisenplatte. Ah, der Dessen will es wissen. Das sieht mal richtig gut aus. Wenn du möchtest, tauschen wir gehen. Dessen ist nach seinem Ausflug in die Küche so ausgehungert, dass er quasi einmal alles bestellt. Die gemischte Vorspeisenplatte. Bissen für Bissen arbeiten sich die Konkurrenten nun durch den ersten Gang. Na, wer findet das erste Haar? Das ist eine richtig schöne Hühnerbrühe. Von der Einlage alles drin, was ich mir vorstelle. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesen kleinen Suppentäschen. Wir haben Eierstich, wir haben die Markbällchen, wir haben Fleischkösschen, wir haben frischen Blumenkohl, das schmeckst du auch. Also wirklich, das ist nicht TK, sondern der ist knackig, der ist richtig frisch. Ja, das Brot ist schön geröstet, muss ich sagen. Also ich habe erst auf den ersten Blick gedacht, das ist vielleicht ein bisschen hart einfach schon, aber es ist einfach geröstet. Super. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, was ich anders gemacht hätte persönlich, ich hätte einen kleinen Teller mit dem Brot extra gegeben, ich hätte es hier nicht am Rand gequetscht. Ich finde, das ist nicht so dramatisch, weil das war nur ein Stück. Dann ist, ich finde das okay. Bei Katrin war nicht einmal Platz für ein Brotstück, aber wie schmeckt denn die norddeutsch-thailändische Suppe überhaupt? Also wenn ich diese Suppe esse, habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass ich hier in so einem alten Kuhstall sitze, sondern das hat schon irgendwie so einen leichten Urlaubstouch. Okay. Also ehrlich gesagt, ich wollte sie vorhin auch bestellen, ich habe mich dann auf die Hochzeitsuppe eingestimmt. Ich weiß, du möchtest bestimmt probieren, ne? Das möchte ich unbedingt probieren, ja. Wer hat da von meinem Tellerchen gegessen? Ah, der Patrick. Ich fand die Kokosuppe lecker, aber sie hat nicht meinen Geschmack oder meine Erwartungen getroffen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mit ihr am Strand liege, aber ich habe eher eine Pina Colada in der Hand. Ah ja. Pina Colada ohne Frau im Strand. Eine Hand so, eine Hand so. Perfekt. Zu viel Kokos, wenn du trinkst, kriegst du auch Durchfall. Also, was ist mit dir los, Sabri? Also du bist Experte da drin. Ich kann Kokospalmen klettern, ne? Ja, richtig. Ja, klar. Das darf man nicht übertreiben. So, jede sechs Monate, wir nehmen eine spezielle Tablet, dass wir unser System so sauber machen, ne? Weil viele Kinder und so, so viel Kokosfleisch essen, Kokosnuss, die kriegen diese kleinen, diese Mini-Würmer in den Arsch. Oh, alter Schwede. Also Gott sei Dank, mein lieber Sabri, haben wir keine Würmer im, also dort quasi. Kriegen wir nicht. Hast du die crunchy Basilikum probiert? Ja, sonst mag ich nicht so gern Basilikum, aber der war angeröstet, ne? Oder wie haben die das gemacht? Der war frittiert. War's nicht zu ölig für dich? Nee, gar nicht. Nee, der war super. Frittiert oder nicht, dessen ist mit seiner Entscheidung für die Vorspeisenplatte rundum zufrieden. Optisch gesehen mein Teller, top. Ja, dafür definitiv für die Optik auch direkt zehn Punkte, das sieht super aus. Haha, der muss gleich mal Schlachtplatte, ne? Schlachtplatte, Kuhstall, her damit. Super, das ist von allem, was dabei ist, sag mal. Und ich glaube, Serrano-Schinken mit Melone bis zu gedünsteten Gemüse hier, habe ich eine Riesengarnele, frischen, knackigen Salat dazu. Rinderfilet, ne? Wirklich zart, medium, das ist wie Butter, ne? Ein Traum. Kannst du mir auch gar nicht durchschneiden? Genau. Da verliert sogar Sabri mal kurz seinen kleinen Salat aus den Augen. Also dafür, dass du aus Sri Lanka kommst, bist du ganz schön wie Kuh. Ja, ich bin ein bisschen eingedeutscht jetzt, ne? Achso, ja, okay. Zu meiner Vorspeise habe ich nichts zu bemängeln, das war alles super. Äh, Moment mal, das Ganze hier ist doch immer noch ein Wettkampf. Also wirklich alles super? Gibt's doch nicht. Super. Nicht übersalzen, ne? Aber wird die denn bei der Zubereitung noch extra gesalzen dann? Oder? Ich glaube eher nicht, ne? Das ist jetzt direkt in die Fritteuse dann rein. Fritteuse? Nein, das ist kein chinesisches Essen. Das finde ich ja super, ne? Sabri verpasst seinem asiatischen Kollegen ein, ne? Das ist ja keine chinesische Küche. Und ich muss ihr recht geben, also die schaut jetzt nicht frittiert aus. Neu-Opa Fietsche und Sohn Marc platzen mittlerweile vor Neugier. So, wie hat euch denn so der erste Gang gespeckt? Mir hat der Salat gut geschmeckt, auch mit den kleinen Noten von der Chiso-Kröse war gut, die Feta. Einzige, ich sag mal, kleine Kritik ist, der Kohlassalat war obendrauf, nicht so mariniert, aber habe ich das runtergemixt. Sonst war alles okay. Was könnten wir anders machen, den da unterheben, dann sieht die aber nicht mehr so schön aus? Ein bisschen Oliveneul-Rubel. Ah, okay. Die nehmen auch Kritik ernst. So, und euch anderen hat's hoffentlich geschmeckt. Ich habe es bereut, dass ich nicht das bestellt habe, weil es sah einfach super genial aus. Meine Hochzeitsuppe war toll und lecker geschmeckt. Die Kokossuppe, also die anderen am Tisch waren sehr lecker und ich sage auch nicht, dass sie mir nicht geschmeckt hat, so ist es nicht. Ja, es hat mir zu wenig nach Suppe geschmeckt. Also mir haben vielleicht ein paar Kräuter gefehlt, irgendwas, ja, ein paar andere Geschmacksrichtungen als nur die Kokosmilch. Also es hat für mich geschmeckt wie ein Pinacolade. Das finde ich jetzt super, wie der Patrick das rüberbringt. Also er übt zwar Kritik an der Kokossuppe, aber weil es nicht sein Geschmack ist. Und das finde ich seriös, ne? Wenn es dem anderen geschmeckt hat, dann bin ich auch zufrieden. Ja, das ist gut. Wie gesagt, ich sage nicht, mir hat es nicht geschmeckt. Ich habe nur etwas anderes erwartet. Ja, die anderen machen immer Strandurlaub und die beiden fahren lieber in die Berge, gell? Ja, genau. Vorher reist Katrin aber mit Patrick nochmal schnell in die Küche. Ganz ohne Sightseeing geht's dann doch nicht. Ja, das Schnitzel machst du, das passt super, weil da können wir da gerne über die Finger gucken. Das ist für mich. Also gib Gas, ich mag es gerne lecker. Klare Ansage. Der leckerste Fisch bleibt immer noch das Schnitzel. Mit Liebe klopfen, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, das lässt du ja auch für mich zärtlich klopfen. Nach dem Schnitzel klopft Marc sicherheitshalber nochmal die Eckdaten von Patricks Bestellung ab. So, du hast das gefüllte Schnitzel mit Parmaschinken. Parmaschinken. Mit Parmaschinken. Einen gefüllten Schnitzel kannte ich bisher als Cordon Bleu, also mit Schinken und Käse. Und nicht so, wie er das gemacht hat, er hat das modern mediterran interpretiert. Das mache ich tatsächlich auch so, das hast du ja von mir geklaut. Das mache ich mit Geflügel ganz gerne, das schmeckt nämlich echt gut. Mit getrockneten Tomaten mache ich das, Rucola, Parmaschinken so ein bisschen, so ein Caprese gefüllt und dann noch panieren wie ein Cordon Bleu. Das schmeckt echt gut, das ist einfach und gut. Marc ist gelernter Koch und arbeitet mittlerweile seit zwölf Jahren im Restaurant seines Vaters. Gut, dann setzen wir mal die Pfanne auf, damit wir Schnitzel braten können. Auch das Braten eines Schnitzels ist eine kleine Wissenschaft für sich. Regel Nummer eins, viel Fett, kein Öl. So, dann nehmen wir unser Schnitzel und hauen das in die Pfanne. Ich kenne es so, wenn wir einen Schnitzel machen, dann ist die Pfanne richtig schön heiß, das Fett richtig schön heiß. Und es wird ja nur, weil eine richtige Schnitzel sehr dünn ist, von beiden Seiten ganz kurz angebraten. Das war in dem Fall nicht so. Also wenn meine Köche das in die Pfanne schmeißen, dann spritzt es etwas, weil es einfach heißer ist. Liegt es jetzt daran, weil es dick ist, wie so ein Cordon Bleu, also gefüllt ist, dass es deshalb schonender gegart wird? Genau, richtig. Die verwechseln jetzt ein bisschen Braten und Backen. Und jetzt ist hier bei diesem neuen Art von Cordon Bleu, sage ich jetzt mal, nimmt er mir nicht genügend Fett, aber auch nicht so wenig, dass man es Braten nennen kann. Also sie sind sich da, glaube ich, ein bisschen uneinig. Wir müssen sehen, dass der Käse inschmilzt und das von innen natürlich auch heiß wird und dann nehme ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit. So ein dünnes Schnitzel, das ist ja hauchdünn, normales Schnitzel. Und das natürlich dann auch in der Hälfte der Zeit fährt. Es muss schon in relativ viel Fett gebraten werden, fast frittiert werden, sage ich mal, aber in der Pfanne, so dass es wirklich die Hitze von allen Seiten bekommt, nicht schwarz wird und ja, zart und lecker bleibt. Doch für dieses Schnitzel sieht Patrick schwarz. Also als er das erste Mal das Schnitzel gewendet hat, war es nur leicht schwarz. Das nennt man Brandenburger Art. Du weißt, wie gesagt, es ist für mich? Ja, genau. Das macht mir auch gerade ein bisschen Sorgen. Ja, wird dem Marc unglaublich peinlich sein, schätze ich. Bisschen schwarz, das schneide ich gleich noch ab. Nein, weil ich meine, so serviert es dem Gast nicht, oder? Nee, das auf keinen Fall. Nein, alles gut. Und dann sieht er in dem Moment, okay, ist etwas in der Bedrohle, kommt da aus dieser Situation gerade nicht so raus, versucht sich so ein bisschen rauszureden. Schwarzbraterei ist ja auch nicht verboten. Er erzählt uns, er könnte es abschneiden und vergisst aber das Schnitzel dann das zweite Mal zu drehen. Ich darf es jetzt so nicht sagen, aber in der Küchensprache, wir haben es versaut. Das glaube ich dir. Ich finde es auch nicht so toll, aber gut, machen wir nochmal neu, ne? Ja, bitte. Ist dir das jetzt eigentlich unangenehm, Marc? Ja, klar. Aber was soll ich machen? Passiert, ne? Der Marc ärgert sich natürlich darüber, über dieses kleine Missgeschick, und reagiert dann aber eigentlich ziemlich cool. Also, er macht eine neue Schnitzel. Also nochmal von vorn. Klopfen, füllen, braten. Und vor allem nicht ablenken lassen. Volle Konzentration. Ein Schnitzel ist was Deutsches, ja, aber man kann es halt anders interpretieren. Und dann finde ich das super. Danke. Er hat manchmal ein recht bewegungsloses Gesicht, so. Hat keine Mimik gezogen und hat da sein Ding gemacht, finde ich. Meine Fresse, ne? Hat der jetzt gute Laune, hat der schlechte Laune? Hat der, man kann den nicht einordnen, ne? Ja, ein gutes Poker-Face. Die Wahrheit ist sowieso auf dem Tisch. Hier haben wir die Kuhstallpfanne. Wer bekommt die? Das ist für mich. Das ist für dich. Das sieht aus, als wenn du mal die besten Gerichte bekommst. Dessen. Dessen bestellt nach Menge. Dessen ist eine Menge ein Besteller. Genauer gesagt, hat Dessen die Kuhstallpfanne bestellt und bekommen. Katrin hat sich für das Steak mit Pfeffersauce entschieden. Sabri untersucht die Lammhackse mit Rotwein-Jü. Und Patrick vertraut dem Schnitzel-Pama. Er weiß ja nun, wie es gemacht wird. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Herzlichen Dank. Dankeschön. Gerne. Guten Appetit. Wannen die Teller fertig los. Ein bisschen weißen und was kauen. Ob es allen schmeckt? Ja, muss man schauen. Jetzt hatte ich ein bisschen Angst. Die Katrin hat so, weißt du, wenn die Kinder, wenn mein Sohn das Essen so isst. Und nach Gabel stellen sich die Haare auf. Du wolltest ja gerne Medium haben. Und ich finde, es ist absolut perfekt auf den Punkt gegart. Es ist leicht rosa, so wie es sein soll. Super zart auch. Aber nein, hier schmeckt. Jetzt bin ich zufrieden. Die Soße ist jetzt nicht ganz dünn. Würde ich auch nicht so gerne mögen. Sie ist ein bisschen sämiger, ein bisschen, ja eigentlich fast breiig. Haftet gut am Fleisch und ist in der Komponente zusammen mit dem Fleisch eben halt auch echt super lecker. Gibt es nichts auszusetzen. Dann habe ich noch einen Kartoffelpuffer. Ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber ich mag halt auch nicht wirklich gerne Kartoffelpuffer. Warum musst du das bestellen dann? Habe ich auch die Beilage gegeben dann? Ja, das stimmt. Aber ich wollte tatsächlich nochmal versuchen, ob das nicht doch irgendwie mein Ding ist. Die Kartoffelpuffer, die ich kenne, sind deutlich dünner und meistens eher aus ein bisschen trocken, so dröge. Die sind halt von der Konsistenz her deutlich weicher, bisschen saftiger. Dafür, dass ich kein Kartoffelpufferesser bin, finde ich sie eigentlich ganz gut. Okay, klingt logisch. Ganz ehrlich, die Lammhackse schaut super aus jetzt, muss ich sagen. Und was sagt Sabri zu dem jungen Schaf? Ich habe richtig gefreut, endlich ein bisschen gutes deutsches Essen. Jeden Tag Curry essen, keiner Bock mehr. Und so eine richtige große Hackse mit Rotkohl. Und dann habe ich so ein bisschen frittierte Kartoffeln frisch gemacht. Das war knusprig. Und der einzige Minuspunkt war diese Gnocchi. Und ich bin nicht sicher, dass das tickt salzig vielleicht. Moment, das kann ja jeder sagen. Hier muss jetzt Gewürzdetektiv Patrick ermitteln. Es ist ein Tick salzig, aber es ist nicht versalzen, das glaube ich nicht. Jetzt wird der Fall zur Glaubensfrage. Man sollte vielleicht Sonderermittler dessen hinzuziehen. Die sind doch ein bisschen leicht versalzen, finde ich jetzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn es schon ein bisschen so das Messerwetzen geht, so langsam los. Deine Meinung? Stehst du noch zu mir oder jetzt seid ihr jetzt alle gegen mich? Wenn Blicke würzen könnten. Also selbst meine deutsche Zunge sagt, und ich esse gerne Salz, das ist tatsächlich, da war der Koch ein bisschen verliebt, glaube ich. Sonst, ich würde sagen, das war fast perfekt. Aber so ist das, wir sind alle, wir machen Fehler. Was ich persönlich super finde an den Steaks, du siehst die Marmorierung drauf, du siehst wirklich, dass es nicht in der Pfanne gemacht ist, sondern auf dem Grill gegrillt worden ist, was beim Rumpsteak einfach super genial ist. Warum? Genau, warum? Er macht immer so ein, er hängt da die Fahne hoch und was ich geil finde, der Sabri porrt sofort hinterher. Dann kommen leichte Schwankungen in die Stimmlage bei Patrick und die Masse bewegt sich. Also, warum? Durch die hohe Hitze schließen sich die Poren und das Eiweiß bleibt im Fleisch drinne und der Fleischschaft bleibt drinne und tritt nicht aus. Aber der Grill, was hier ist, ist kein 800 Grad, das ist keine, wie ich sage. Nein, das ist kein Beefer, das sehe ich auch, aber es ist ein Grill und es ist trotzdem ein anderes Geschmack. Und auch für die Optik des Gastes, dass du diese Marmorierung hast, als wenn du es in der Bratpfanne machst. Nur wegen dieser Marmor? Alleine das bin ich als Gast schon mal cool. Patrick bleibt cool und will jetzt keinen Streit ums Beef anfangen. Wie schmeckt denn das Schnitzel Parma? Ja, also mein Schnitzel ist perfekt, es ist schön braun, es ist aber goldbraun. Es ist ganz, ganz zart, leckeres Fleisch, tolle Füllung und es schmeckt wirklich gut. Die Pommes sind ehrlich gesagt nicht mein Geschmack. Ich mag es lieber, wenn sie ein bisschen weicher sind. Die hier sind arg kross. Ich mag kross, mega kross. Siehst du denn, das ist dein? Das ist überhaupt gar kein Kreditpunkt, das ist, jeder mag es unterschiedlich. Ich mag sie halt nicht so dunkel, ich mag sie lieber weicher, aber das ist jedem das Seine, sag ich mal. Achtung, der ist dann geht in die Küche. Jetzt geht's los. Vielleicht hat der noch Hunger. Oh, da sind sie ja. Ja, jetzt bin ich dran. Alles klar. Nee, wenn ein Gast mit seinem Teller in die Küche rennt, ist nicht alles klar. Zu dem Fleisch muss ich sagen, wunderbar, schmeckt super. Ja. Das Steak auch medium, perfekt. Nur halt, was mich eine Sache gestört hat, war halt das Gemüse, dass es dann, sag ich mal, nach der Zeit sehr pampig oder sehr weich ist. Schaut aber auch sehr weich aus, muss ich auch sagen. Vielleicht ist es so in der deutschen Küche, so kennt man es, ne? Ja, eigentlich sollte, eigentlich bissfest, aber die älteren Herrschaften, die haben das schon gern ein bisschen weicher. Du siehst nicht so alt aus. Das ist halt schade ums Gemüse und da gebe ich dem dessen auch recht, dass es darf eine gute Farbe haben und es darf schön knackig sein. Leider habe ich noch einen kleinen Punkt, das ist halt der Käse. Was ist denn mit dem Käse? War ein bisschen sehr schwer zu schneiden auch. Das ist mehr so als Chip gedacht, ne? Ist leider ein Teller zurückgekommen, hätte ich heute nicht mit gerechnet, aber gut, passiert, mit dem Gemüse hat er recht, mit dem Chip sehe ich jetzt nicht ganz so schlimm. Die Kritik von dessen ist in Ordnung, mit dem Gemüse hat er recht, beim Chip bin ich bei Marc, aber das ist doch, das klingt doch alles gar nicht so wild. Ich glaube, das war jetzt nicht so weltbewegend, dass sie da viele Punkte abziehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Abwarten, schließlich vergibt Mike Süßer seine Punkte erst am Ende der Woche. Apropos süß, Marc kümmert sich bereits um die Nachspeise, sehr zur Freude von Sabri. Hallo Marc. Hallo. Was machst du da denn? Ich sag gerade Samen, ne? Für die Mokka-Creme. Die Bezeichnung Mokka leitet sich von der Hafenstadt Mokka im Südjemen ab, von dort wurde früher der berühmte Koffeer Arabica verschifft. Wenn du magst, kannst du mir in der Zwischenzeit schon mal einen dreifachen Espresso holen. Drei von vorne. Alles klar. Ja, klar. Rollentausch, eben noch Gast, jetzt schon Kellner. Hallo. Ich brauche dreifache Espresso, bitte. Ja, gerne. Restaurantchefin Miri zählt brav mit und fertig. Ist das schon so müde, Sabri, dass du einen dreifachen Espresso brauchst? Nein, das sieht von Marc, der sieht müde aus. Ah, okay, sei gut, dann bring den ganz schnell hin. Vielleicht gibt es dann auch ein gutes Trinkgeld. Kannst du auch einen Schluck nehmen, du siehst müde aus. Ja, danke, das ist sehr sympathisch von dir, danke, danke, danke. Neupapa Marc ist ja schwer gezeichnet von der kurzen Nacht. Für den Bringdienst gibt es jetzt aber bitte das Rezept von der Mokka-Creme, oder? Schweine-Gelatine? Ja. Ich darf nicht essen dann, ne? Du darfst kein Schwein essen? Nein, doch, doch. Du isst doch nur keine Kühe, oder nicht? Schwein-Kuh, Hauptsache heilig. Zurück zum Rezept. So, einmal kurz kalt stellen. Ins Wasserbad. Sabri merkt sich jeden Handgriff. So, gucken wir mal nach der Kuvertüre. Nehmst du auch die dunkle Schokolade oder nur die weiße? Für die Mokka-Creme nehme ich jetzt die weiße. Ja. Und sonst für Mousse au Chocolat oder ähnliches nehme ich die dunkle, ne? So, jetzt ist der Kaffee ein bisschen kalt geworden. Jetzt hau ich den in die Kuvertüre, die leicht geschmolzen ist schon. Und dann verbindet sich das gleich. Ein bisschen Kleckern gehört dazu, ne? Ja. Wirklich ein rührendes Bild. So, dann stellen wir das jetzt ins Wasserbad. Dann kann das ein bisschen runterkühlen. Zimmertemperatur. Und dann können wir gleich die Sahne da unterheben. Und dann ist es auch schon fertig. Wenn in Sabris Restaurant demnächst eine Mokka-Creme auf der Karte auftaucht, dann wisst ihr Bescheid. 600 Gramm Sahne und wie viel Schokolade war das? Da hatte ich 350 Gramm. 350 und 5 Liter Gelatine. Ja, genau. Marc mag das sehr gut. Sieht man, er hat auch das gemerkt. Und ich denke, das würde bestimmt gut schmecken. Gastronomie ist kein Konjunktiv. Lecker oder nicht? So, jetzt gibt es noch was. Uiuiui. Dessen erkundet neue Geschmackswelten gelbe Grütze. Katrin untersucht den Schoko-Brownie auf Schokolade wahrscheinlich. Patrick erforscht das Mon Parfait. Und Sabri schließt seine Spionagetour natürlich mit der Mokka-Creme ab. Einen Appetit. Danke. Also wirklich Hammer. Von Vollspeise bis Dessert, es sieht einfach aus wie im Sternerestaurant. Schaut gut aus, aber wie im Sternerestaurant, Patrick. Endlich Nachtisch. Yay. Yay. Gibt es denn auch was zu meckern? Was meinst du, Fietsche? Beim Dessert jetzt, wenn ich das von hier so sehe, ich habe das Gefühl, dass sie richtig begeistert sind. So sieht der gelernte Restaurantfachmann Patrick also aus, wenn er begeistert ist. Vorspeise, Hauptgang, war alles gut. Das übertrumpft es definitiv. Das ist ein Gedicht. Also es sind nicht nur einfach Hebenbeeren aufgekocht und fertig, sondern wirklich mit Liebe zum Detail abgeschmeckt. Es ist extrem lecker, es passt hundertprozentig zu diesem Mohn-Parfait. Ja, da gibt es nichts, gar nichts, gar nichts auszusetzen. Also ich schwärme davon, ich möchte noch mehr davon. Der erste Abend biegt langsam auf die Zielgerade ein. Reicht der Nachtisch für einen Schlussspurt? So, ich habe eine Mokka-Creme und mit diesem frischen Mango, keine Theka-Mango oder Dosen-Mango. Ich hasse Dosenfutter. Dosenfutter hasse ich übrigens auch. Mein Hund nicht, er liebt das. Schmeckt sehr gut. Kaffee kommt auch gut raus. Und die Deko ist auch sehr gut. So eine Schokodeko, ich würde auch das aufwessen. Viele Leute lassen das am Tisch. Sabri ist also zufrieden. Im Grunde könnte er ja jetzt noch ein weiteres Rezept für seine Sammlung erfragen. Patrick, magst du keine Schokobanane? Schokobanane nicht so gerne, aber ich lebe gerade hier diesen Schokobrownie-Traum. Ja, und wenn es nach mir ginge, würde ich mir glaube ich ein Drei-Gänge-Menü zusammenstellen, nur aufs Nachtisch. Ist natürlich nicht so leicht, ist halt ein Brownie und der ist außen fester und knackiger, aber innen drin halt matschiger. Und der ist nicht gerade kalorienarm, aber so what, ist egal. Der schmeckt richtig super. Jetzt wird es aber, jetzt macht es aber die Runde, ne? Dessert, alle begeistert bis jetzt. Die Verbindung zwischen dem Brownie und dem Aprikoseneis ist echt gelungen. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt rausschmecken würde, dass es Aprikoseneis ist, aber... Darf ich probieren? Ja, klar. Natürlich geht es ihm nur um den Aprikosengeschmack. Das hat eine kleine, leichte Note auch. Echt? Du schmeckst das raus? Ja, klar. Klar. So, was hatte dessen noch gleich auf dem Teller? Ich habe noch nie wirklich Grütze gegessen. Ich habe immer gehört, dass es sehr süß sein soll und dass die Früchte sehr pampig sind. Und heute esse ich jetzt die gelbe Grütze mit der angeschlagenen Sahne und das hat mich wirklich überrascht. Nach meinem weichen Gemüse, jetzt knackig, frisch und Obst, rundet halt den Abgang ab. Und siehe da, das schmeckt ihm, ne? Vor dem ersten Tag, das war richtig gut. Kathrin, du bist jetzt gefordert, morgen Gas zu geben. Ja, ich weiß, die Messlatte ist echt hoch, ne? Also Fietsche hat gut vorgelegt. Fietsche hat fertig für heute. Doch bevor es an die Bewertung geht, kommt die Rechnung. Die Kollegen lassen das Preis-Leistungs-Verhältnis immer gerne in ihre Bewertung einfließen. Was kostet denn der Spaß? 160 Euro sind es ja insgesamt, roundabout 130 Euro fürs Essen und 30 Euro für die Getränke. Was sagt ihr dazu? Das ist normal, Restaurantpreise, ne? Ich meine, wir sind zu viert, ne? Wir haben ein Dreigang-Menü mit Getränken. Ich finde es günstig. Günstiger Zeitpunkt, also für die Punktevergabe, rechnen wir mal zusammen. Leckerer Nachtisch, matschiges Gemüse, tolles Fleisch, wenig Brot und ein Rezept aufs Haus. Fietsche, ich bin satt und glücklich und ihr kriegt heute. Satt und glücklich, was macht das in Zählern? Acht Punkte. Acht Punkte. Acht Punkte. Neun Punkte. 33 Punkte für Opa Fietsche. Profi Mike Süßer wird seine Wertung erst am Ende der Woche abgeben, dann wird abgerechnet. Morgen will Katrin im Wassersporthafen mit norddeutschen Klassikern begeistern. Selbstsichere Grünkohlmeister. Zu meiner Linke. Das Lob kommt hoffentlich zurecht. Das kann man echt klassisch lassen. Hätte ich mich auch, wäre ich enttäuscht. Eine bittere Wendung. Das trifft mir meine Ehre als Koch.